Hi Leute, willkommen bei Nachtproduktion Gaming. Heute wieder eine weitere Ausgabe aus Mario Kart Deluxe. Heute ist die fünfte Folge der Mario Kart Reihe. Ich hoffe euch gefällt das. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was ich besser machen kann oder auch gerne ein paar Komplimente. Mir ist wichtig eure Meinung zu wissen, denn ich will den Kanal ja immer besser machen. Gut, zurück zum Spiel. Wir fahren heute den Eiercup mit 100 Kubik. Uns erwarten heute die Pisten Joshis Piste, Exitbike Station, Drachenmauer oder auch große Drachenmauer und Mute City. Auch hier könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, welche Strecken euch hier gefallen. Ich bin gespannt auf eure Antworten oder wir können auch darüber diskutieren. Gut, dann lassen wir mal das Spiel jetzt gerade starten. Heute fahre ich auch wieder mit meinem Fräuchchen zusammen. Also lasst uns loslegen und viel Spaß beim Spiel. Wenn euch das Video gefallen hat, macht mir gerne einen Daumen hoch und um nichts zu verpassen, abonniert diesen Kanal. Und ich sage jetzt schon mal Danke. 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 Das war's für mich. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Woohoo! Food Play! A A A A A A A Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020